Musik Hat niemand mehr einen Fire Resist drank? Der GAMBLER töten GAMBLER Ja ich hab grad noch einen Lebenstrank hingeschmissen Ich hab jetzt auch nur noch einen einzigen Ja, Tim, Tim, werf den hin, wenn ich nicht hier bin, ist klar. Lauf, laufen wir durch? Ja, ich bin auch fast tot. Ja, dann komm her. Nein, ist egal, lass es, lass es. Mahal, lass es doch. Ich hab' nicht mehr was gemacht. Jetzt Firestance. Dankeschön. Danke. Schnell durch. Warte mal, sehen wir jetzt durchkommen. Oh, den Gas noch hier noch kaputt. Den Gas mal hier noch. Komm doch weiter hierher, du. Oh, jetzt leckst du hier auch gar nicht mehr. Ah, wow. Oh, Alter, sag dich, ich krieg's noch Fire Resistance. So, ich bin durch. LOL. Ender Mann. Auf der anderen Seite ist noch mehr, oder? Kann ich hier schon... Ach, du Scheiße. Oh mein Gott. Kann ich hier dann Home machen? Ja, Flo, nimmst du alle Items mit? Boah, ich will da rausgehen. Tim, geh mir nochmal raus. Ja, ich bin raus, ich bin draußen. Ja, wir haben aber null Tränken und gar nichts mehr. Ich bin raus. Aber da raus ist viel weniger. Werder Admin? Werder Admin hat hier jetzt 5000 Gäste und Tommys gespawnt. Ich bin raus, ich geh wenigstens mal in den Gang rein, weil da draußen sind Gäste und ich will gestern. Wenn wir jetzt sterben, dann raus, denn nein, dann raus ich nicht aus, aber ich rede mich auf. Das sind bin ich rausgegangen. Ja, ey, die gehört mir, wenn. Das ist nicht die, die gehört mir, ich glaube, ich glaube, ich gehe nochmal nachher, ob da draußen ist noch so viel los ist. Oder draußen weniger ist. Okay, draußen ist immer viel los. Ja, wow, okay, das ist übelst viel los. Ja, immer lieber rein, 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 rein. Fuck, mach auf, Stella. Stella, Stella, fang, ich komm nicht rein. Wie ist eure Rüstung? Ja, sonst, wenn wirklich, wenn wirklich extrem, ganz voll. Ich netze mir jetzt noch ein bisschen was. Wenn wirklich viel los ist, und lass mal hier in diese Sicherheitsschleuse. Das ist ja Obsidian, da kommt ja niemand durch. Ich bin mal, ich bin drin. Oh mein Gott, sind doch viele Lohn. So lange ich noch Feuer Rüstings habe, bleibe ich noch draußen. Boah, ich geh mal hier ein bisschen killen, ich bin jetzt Level 14. Ja, ich bin Level 6, weil ich ja gestorben bin. Oh mein Gott. Was denn, du bist nicht mehr gestorben? Nein, fuck, fuck, fuck. Scheiße, ich bin in der anderen Welt wieder. Ja, toll, ich komm nicht mehr wieder. Doch, ich bin wieder. Ach, wieso, ich seh' dich sogar. Oh, wie knapp. Demsoe war's bei mir auch. Kevin, genau das ist mir gerade passiert. Und ich bin aber nicht mehr in die andere Welt gekommen. Ey, wer hat hier so eine Sandfische gespawnt? Oh, fuck, ey. Irgendwer hat hier so komische Sandfische. Oh, Thermi, was hast du jetzt mit Proctor, das hat besprochen? Gar nichts. Boah, wie knapp war das. Dann fragt du mir nichts beschworen, oder? Ähm, ich würde nicht in die andere Welt gehen, da sind locker 500 Mobs oder so. Ja, und deswegen musst du jetzt durch, wo du einen Fire Resistance dran hast, beinahe wirst du noch. Ich hab keinen mehr. Ja, ich hab auch keinen mehr. Dann musst du es beat. Wie machen wir Fire Resistance mit Magma Cream, oder? Scheiße. Dumm, ihr müsst durch mit Geschwindigkeitstrank und dann in der Ruhe, ruhige Ecke laufen, oder macht euch vor ein, ein, mit Minecraft QuickTiper, ein, ne? Ein Makro. Ja, hab ich auch so schon mit spout. Weil sonst wird es schwer. Oh, Tim, ich brenne. Boah, mit Speed geht's ab. Hier, ich hab noch einen Speedtrank, aber den hebe ich mir auf. Ja, ich hab noch zwei Speedtränke, also beziehungsweise zwei, äh, zwei Wurfen, einen normalen Trinktrank. Trinktrank. Jetzt hab ich keinen Speedtrank. Und so viele Viecher sind in der anderen Welt gar nicht, ich geh mal rein. Hä? Oh, jetzt ist es Buggy, ich krieg die ganze Zeit Schüsse von denen ab, vom Feuer, aber keinen Schaden, ich hab kein Feuerresistenz mehr. Na, cool. Will mehr Gästtränen haben. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Was ist? Ich bin gerade am sterben. Wo bist du? Außerhalb, also durch die Sicherheitsschleuse. Ja, ja. Ja, hast du keinen Trank mehr, oder was? Ja, jetzt bin ich gerade wieder reingekommen, aber man hatte mich gerade fast getötet. Also ich verkaufe alles, was im Nähter vorkommt. Wo seid ihr? Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich und Tim sind ja in der, bei der Sicherheitsschleuse. Ey, Termi? Ja, ich wollte nur durchgehen. Ja, ja. Ich krieg das auch fast nie zusammen mit dem durchgehen. Ja, jetzt haben wir wieder 10 Level. Oh, hinten, hinten sind einige. Ja, ich wär dafür, wenn wir die mal mit dem Bogen... Ach, hier kann man auch ein Schaden direkt, ne? Oh mein Gott, direkt beim Enchantment Table sind 20 Zombies. Echt? Ja, Leck. Ich helfe dir mal. Ja, cool. Ich glaub, nee, ich kann nichts Enchanten. Bei mir ist... Ich will nichts Enchanten. Das lohnt sich auch gar nicht. Ich hab zwar noch ein ganzes Dierschwert, das nicht Enchantet ist dabei, aber mit Level 10 kann's hier nicht. Hier kann man auch noch Tränke bauen. Ich weiß. Mein Gott. Ähm, was kann man mit... Ja, jetzt muss ich nochmal... Äh, äh, save mich mal bitte. Ja. Als irgendwas kommt. Warte. Ähm, mit was kann man alles Feuerresistenz machen? Ja, warte, ich guck grad. Magma-Cream, oder? Pff, das haben wir nicht. Was ist das nochmal? Das kriegt man von Gersts auch nur. Nein, nicht von Gersts, von... Ähm... Diesen Magma-Slimes. Ja, genau. Da müssten wir raus. Magma-Slimes, wo gibt's die denn? In Nether. Nether. Ja, ha, sind wir lustig. Redet wieder so ein komischer Lone am Rad. Wow! Ich bin am Brandern. Wann geht ihr eigentlich durchs Sand, durchs Portal durch? Weiß ich nicht. Ich geh jetzt, sag ich nicht. Ich mein, es ist das, mit dem man wieder in die richtige Welt kommt. Ja. Ja, der Armee, ganz witzig, da komm ich durch. Ich bin in einer Sekunde, habe ich drei Herzen verloren. Wirklich? Ja. Durch die Gas und die Zombies. Hast du es wenigstens geschafft nach Hause? Ja. Waren's zu wenig? Ja, ich hab's mit zwei oder drei Herzen überlebt. Hey, da oben ist ein Guest. Der packt ihn aber auch nur durch den Fire Resistance Trank. Ah, ich will's bekommen, ich will's bekommen. Voll, das ist ja nur Schießpulver. Manchmal droppen die auch nur Schießpulver. Da oben ist noch einer. Ja, ich hab ne Gas, äh, ne Gasträne bekommen, weil ich mich hochgebaut hab und gegrieft hab, aber ich mach's ja jetzt wieder weg. Ja, aber ich hab jetzt drei Gasträne. Grief und kann man sich ja nicht bezahlen. Ja, nicht. Ich denk mal eher nicht, dass man hier abbauen darf. Und, äh, das denn, äh, beziehungsweise das hinbauen. Nenn's zu bauen. Na? Nicht anbauen. Nicht abbauen, anbauen. Sicher kannst du abbauen, wieso nicht? Das heißt, wir dürften theoretisch die ganze Bruder hier auseinandernehmen. Na, ich glaub, wenn's die auseinandernehmen, wär's schon blöd schauen, wenn dann die ganzen Viecher erst reinkommen. Ne, ich mein, wenn du jetzt beispielsweise hier die ganzen Zäune und alles wegbaust, das hindert ja nicht die Viecher, oder, äh, beziehungsweise, das lässt nicht noch mehr rein. Aber ich bezweifle, dass da irgendein... Wer hat die Fester überhaupt gebaut, äh, ist ein Steph oder ein normaler User? Irgendwann, Deadman, oder so. Wacht mich nicht. Ey, Tim, kommst du mal wieder raus? Bau dich einfach hier über die Wand drüber, hier ist gar nix. Also hier greift mich halt nix an. Das Empfangskomitee ist breit, wir können kommen. Oh. Empfangskomitee? Für was? Ja, aber für was? Warte mal, wie sollen wir von da dann wieder reinkommen? Ich baue hier grad nen Eindang. Okay. Oh mein Gott, komm mal nochmal hoch. Und guck mal da hinten hin, zum Tor. Ja, ich weiß. Tschüss da mal ein paar ab. Ich hab auch nicht mehr so viele Pfeile, ich hab nur noch... Ich hab sechs Pfeile. Ach, du schluss. Pass auf, da unten ist Lava-Team. Wow. Hab jetzt beim Ausgang noch mehr Viecher gespawnt? Null. Ey, oben ist ein Gast. Ja, Gastrinner. Oh, du, Asi. Jetzt noch eine. Oh. Brenne schon wieder, ey. Hab ich vier Gastrinner. Ja, von wegen, da ist weniger los. Ja, wenn du hier um die Ecke gehst, sieht dir gar nix. Hm. Wir wissen nur noch zwei Fleisch und sowas. Oh, die ist schon 20. Oh, aha. Drei Dias für 20 Kubus, das ist ein bisschen billig. Ja, ich glaube, pro Stück 20 Dias. Äh, 20 Kubus. Hier, die Lone. Äh, ich hab... Oh mein Gott, jetzt kommen die ganzen von hinten. Ja, die kriegen wir da, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil man da kaum Schaden kriegt. Ja. Ohne Witz jetzt. Ja, ja, mein ich auch. Jetzt haben wir gleich erstmal ein Stack von den Blazerods. Ja, boah, die können wir nicht verkaufen. Ja, das nervt ein bisschen. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab 1,25 gekauft. Ich war immer noch nicht. Rasenman. Verdammt! Oh, jetzt bin ich gleich tot. Ah, im Morgen. Fuck, wo bist du? Und ich werfe jetzt einen Trank. Ich werfe einen Trank, ich werfe einen Trank, ich werfe einen Trank. Ah, bleib weg. Ne, warte, jetzt geht's wieder. Oh, fuck. Also für mich lohnt sich das jetzt nicht, einen Trank zu werfen. Ne, ich hab aber jetzt nur noch... Ich hab noch 5,5 Herzen. Ich hatte gerade noch 2. So, die regenerieren sich ja auch wieder. Wenn ihr sowieso umkommt, weil ihr wisst, dass es nicht lohnt, dann ist es doch scheißegal, oder? Ne, wir versuchen ja nur möglichst viel Zeug zu bekommen, ne? Ja. Ich hab jetzt 18 Blazerods und 4 Grastränen. Ich hab 3 Gastränen, 10 Blazerods, aber ich hab noch was in der Kiste. Sollen wir wieder raus? So, hast du wieder voll? Fast, ja. Sollen wir wieder raus? Ja, aber ich hab jetzt 10. Aber ich glaub, das sind mal einige Viecher vor der Tür. Warte, mach mal eins auf. Ja, das sind ein paar. Das sind jetzt aber alle. Irgendwie sind die zu blöd zum Treffen. Sonst komm auf die Seite oder sowas, wenn... wenn du zu viel angeballert wirst. Nein, nicht. Und ich hat bis jetzt noch gar keine getroffen. Ja, es sind noch nicht mehr so viele. Also nicht mehr so viel ist relativ wahr. Ja, kann man auch so. Oha, okay, doch, es werden die da welche gespawnt. Mann, wer spawnt denn hier die ganze Zeit? Ja, cool, ich bin nicht wieder tot. Procter natürlich. Blau rein. Bin ich. Nein, nicht. Oh shit. Pandermy. Ich hab nur noch ein... Äh, Flo, wie viel Essen hast du noch? So. Flo! So, noch hier. Ich hab noch zwei goldene Äpfel und, ähm, elf Brote. Elf Brote? Ich hab noch ein einziges Steak. Und vier Pfeile. Top. Kann dir was geben. Ne, reicht dir erstmal. Du kannst auch das Zombie-Fleisch oder Spinnenaugen oder sowas essen, wenn du was dabei hast. Ja, die hab ich alle in der Kiste liegen. Ja, dann können wir doch gleich wieder hin. Ja. Wow. Ah, hofft so. Das sah cool aus. Ein einziger Schuss hat mich getroffen. Da kann man wieder rausgehen. Oh, das nervt. Ja, warte. Sonst lassen wir hier ein Stück weiter weg. Nein, ich bin jetzt raus. Es sind hier nicht mehr viele. Warte, bleib noch mal drinnen. Ich probiere hier mal ein paar zu kriegen. Nö, es sind nicht mehr viele. Gar nicht mehr viele. Es werden immer mehr. Es werden wieder mehr. Es werden wieder mehr. Ja. Seid ihr durchs Portal gegangen? Äh, durch den. Nein, wir sind immer noch da. Ja. Wer, bist denn du schon wieder zurück, oder wie? Ich bin schon lange daheim. Achso. Ja, ich hab jetzt doch... Ich denke mir, das lohnt sich überhaupt nicht. Nee, noch nicht. Wir haben ja noch genug Zeugs. Achso, da vorne ist Lava und da brennt es rechts und links direkt vom Ausgang. So, ich guck mal kurz nochmal raus. Wow. Guck mal doof, du Depp. Ach. Und weg. Hi. Lass mal wieder rausgehen, aber da brennt alles, ne? Hä? Feld, hier ist ein... Eins dringend gespawnt. Ich schieße die ganze Zeit mit dem Bogen raus. Also... Ja, ich hab keine Pfeile mehr, noch zwei Stück. Uh, 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 uh. Fühlt ihr die einfach? Einer ist down. Jetzt sind hier... Pass auf, ähm, um die Ecke ist irgendwo einer. Das weiß ich. Boah, wenn wir da gleich rausgehen. Ja, genau. Lass mal rausgehen, lass mal wieder in die... Warte, warte, hier sind zwei. Gehen wir wieder in die Festung. Come on. Oha. Okay, jetzt brenne ich wieder. Äh, nee, Alter, wir haben jetzt, glaube ich, 15 oder 20 von denen. Warte, ich... Bevor ich rein... Äh, jetzt geh weg? Mach ich dir... Mach ich hier das ganze Feuer weg. Du hast keine Ahnung, wie viele Blaze-Rots hier rumliegen. Boah. Aber allein, dass der Server nicht... Oder leckt das Server im Allgemeinen eigentlich? Weil... Im... Grüns, in der Nether-Welt, leckt es ja nicht wirklich... Weil wir da ungefähr zu... Also, ab und zu drei oder zwei Spieler noch sind. Was heißt eigentlich, äh, bei einer Protection-Respiration-Eins, also Regeneration eigentlich nicht, was ist... Was heißt das? Guck doch mal bei Minecraft-Vic. Ja. Da schau ich gerade. Cool, hier wurde schon Glowstone gegrieved. Ey, Tim, schau mal. Oh, cool. Sollt mich aber keiner treffen. Wenn jetzt getroffen was dann... Ja, ich werde getroffen. Oha, oh mein Gott. Ja, genau. Ja, ist ja geil. Ja, wo sind die denn? Ja, doll. Erst Träger, ich hab schon wieder eine. Das hat sich gelohnt. Warum? Der Spieler kann länger die Luft anhalten und erleidet Erstickungsschaden langsam als sonst. Und Trank hab ich noch nie gesehen. Doch, ich schon. Ne, ist kein Trank, das ist, äh, ne Protection für nen Helm oder so. Ja, das ist, ja genau. Achso. Ja, ich hab, ähm, Füße, äh, ich hab Schuhe mit Feather Falling oder sowas. Achso, ja, da kriegst du keinen Fallschaden mehr und ist eigentlich auch gut. Für mich ist das praktisch. Ich hab Feather Falling 4 und ich bekomm trotzdem noch. Na, danke. Ähm, ne, ich hab hier noch 6 Stacks oder 5,5 Stacks, Ne, Sar, Warz. Macht man eigentlich essen? Nein. Die Netatour hat fast eineinhalb Stunden gedauert oder bei euch dauert sie noch länger? Oh, ich sollte mal einmal nicht rausgehen rasen, wenn es wird dunkel. Ach. Sonst geh ich, äh, Flo, sonst lock ich am besten jetzt auch noch aus, dann geh mal gleich nochmal fahren. Ja, wär ich auch dafür. Wie lange brauchst du? Ähm, 20 Minuten, halbe Stunde. Wenn nicht, dann geh ich, der war ein Battlefield spielen. Gehst du nicht. So, dann würde ich jetzt mal sagen, herzlichen Dank fürs Zusehen auf der kleinen Netatour. Und ich möchte schon, ich möchte, ja, im Vor, ja, ich sag's jetzt schon, ich hab so einen, einige kleine Teile schon herausgeschnitten, damit ihr die Netatour nicht zu 100% verfolgen könnt, sondern nur zu 90% von mir aus. Ähm, ja, also nicht wundern, wenn da öfters mal Schnitte kommen, auch manchmal wegen den Lags, damit ich nicht sofort sterbe. Und dann würde ich sagen, herzlichen Dank fürs Zusehen und hoffentlich sehen wir uns dann bei den nächsten Videos wieder. So.